Liebe Heimwerker, liebe Heimwerkerinnen, hat euch der Osterhase nix gebraucht? Häckseln, streichen, bohren, nageln, häckseln, streichen, bohren, nageln. Häckseln Sie ein Wecker nach dem anderen hinein. Nageln Sie sich in der Pause eine Topfengolage, schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein, zerreißen Sie ein Mondwecker. Häckseln, streichen, bohren, nageln, häckseln, streichen, bohren, nageln. Streichen Sie ein Österreichbrot mit Butter oder Marmelade. Verdrücken Sie eine Aromasemmel mit einem Leberkäs. Häckseln, streichen, bohren, nageln, häckseln, streichen, bohren, nageln. Häckseln Sie ein Wecker nach dem anderen hinein. Schrauben Sie sich einen Leberkäs. Nageln Sie sich in der Pause eine Topfengolage. Zerreißen Sie ein Mondwecker. Häckseln, streichen, bohren, nageln. Häckseln, streichen, bohren, nageln. War, 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 war. Wohl am Körbis. Obwohl Sie sich eine lösche. Wohl am Körbis. Wohl am Körbis. Abwechslung Sieben. Was für eine Verkysel? Was ist ein Mondwecker. Somit.